Kosswig, Anhalt, die Kleinstadt Kosswig, Anhalt, liegt am rechten Ufer der Elbe zwischen Wittenberg und Dessau. Mit der Bahn da ist mit Regionalbahnen über die Strecke Dessau-Falkenberg, Elster, erreichbar. Es gibt stündliche Verbindungen nach Dessau und Wittenberg. Nächster Fernverkehrshalt ist Wittenberg. Auf der Straße Kosswig besitzt eine Abfahrt an der Autobahn A9 Berlin-München. Dort wechselt der Kraftfahrer auf die B187 von Roslau nach Lutherstadt-Wittenberg. Wer aus Berlin kommt, verlässt die Autobahn schon an der Abfahrt Köselitz und wechselt auf die B107, die über Kosswig nach Greffenhainichen an der Dübnerheide führt. Da die B107 südlich von Kosswig die Elbe nur mithilfe einer Gierseilfahrer überbrückte, wurde der Abschnitt zwischen Kosswig und Wörlitz zur Kreisstraße herabgestuft und die Bundesstraße auf diesem Abschnitt mit der weiter westlich verlaufenden A9 zusammengelegt. Mit dem Fahrrad für den Radfahrer empfiehlt sich der Elberadweg. Der Elberadweg kommt von Wittenberg, wo er auf eigener Trasse zwischen Fluss und Bundesstraße verläuft. In Kosswig berührt er das Stadtzentrum und verlässt sie Richtung Fähre nach Wörlitz. Zu Fuß der Lutherweg folgt der Trasse des Elberadweges. Station in der Stadt ist die Kirche St. Nikolai. Mit dem Schiff die erlaubt die Anreise vom linkselbischen Wörlitz aus. Die Gierseilfahrer fährt ohne Motorantrieb, sie wird nur von der Strömung getrieben. Für Freizeitskipper gibt es einige kleine Anlegemöglichkeiten. Mobilität innerhalb von Kosswig sind die Entfernungen gering und alle Sehenswürdigkeiten fußläufig erreichbar. Parkplätze gibt es im gesamten Stadtgebiet, unter anderem am Marktplatz. Orte wie Thiessen, die administrativ zu Kosswig gehören, sind nur mit dem Auto oder Fahrrad erreichbar. Öffentlicher Nahverkehr existiert kaum. Sehenswürdigkeiten Sunpipe-Symbol 300 BX-Pipe-Symbol Schloss Kosswig. Sehenswert sind ferner. Aktivitäten Paddeltouren auf der Elbe bietet das Feriendorf am Flemingbad, siehe, an. Neben Gruppenangeboten für geführte Touren gibt es auch Touren für Einzelreisende an festen Terminen bzw. die Möglichkeit der Miete von Booten. Weitere Infos auf der eigenen Website. Küche Unterkunft 27 Doppelzimmer mit TV, Telefon, Dusche, WC, Haartrockner, Schreibtisch, WLAN. Restaurant, 01.05, minus 30.09, Montag bis Sonntag 17.00 bis 20 Uhr. 01.10, minus 30.04, Montag bis Samstag 17.00 bis 20 Uhr. Sonntag und Feiertage geschlossen. 13 Ferien-Bungalows für bis zu 5 Personen. Küchenzeile, Grillmöglichkeit. Ab 1.00 Nacht Buchbar. Krankenhäuser Das nächste allgemeine Krankenhaus mit rund um die Uhr besetzter Notaufnahme befindet sich in Wittenberg. In Koswig gibt es eine Fachklinik für Kardiologie. Ausflüge Wörlitz, 8 Kilometer südlich, Erdfähre, im Dessau-Wörlitzer Gartenreich gelegen. Wörlitzer See und Neugutische Kirche St. Petri. Alternative Anfahrt über der A9-Dess zur Abfahrt Dessau-Ost, 24 Kilometer. Wittenberg, 13 Kilometer östlich, B187, die Stadt der Reformation mit Schloss und Universitätskirche, an deren Türen Luther seine Thesen anschlug. Westlich der Stadt der Alaris-Schmetterlingspark. Roslau, 16 Kilometer westlich, B187, elbabwärts gelegene Stadt. Seit dem 1. Juli 2007 mit der großen Nachbarstadt Dessau administrativ zu Dessau-Roslau fusioniert. Dessau, 20 Kilometer südwestlich, A9, München bis Dessau-Ost, neben Wittenberg die nächste große Stadt. Heimatstadt des Bauhausstils und früherer Sitz der Junkerswerke.